Lohm und Willkommen zurück bei Age of Mythology Retold. Um in die nordische Unterwelt vorzudringen und Gagaresis aufzuhalten, muss unser Held den Brunnen der Urd erobern. Okay. Wie lange ist es her, dass Gagaresis Armee diese Stelle passiert hat? Nicht lange, ein paar Tage vielleicht. Sie zogen in die Berge im Norden und begannen Welle und Befestigungen zu errichten. Dann liegt dort der Eingang zur Unterwelt. Er ist bereits bis zum Tor vorgedrungen. Wenn er das Tor öffnet, dann ist euer Ragnarök gekommen. Wir müssen ihn aufhalten. Ja. Gut. Anscheinend haben wir hier schon mal Zelda ready. Aber noch kein Yold. Was war das denn gerade? Mal ist, mal ist, mal ist, mal ist, esto. Oh, ich habe einen optionalen Überfallbefehl. Und wir haben Gold gefunden. Malista. Malista. Volumen. Etimos. Esto. Malista. Esto. Volumen. Malista. Malista. Esto. Esto. Wir drehen erstmal eine Runde. Aber da habe ich schon rote Zelda gesehen. Malista. Hier ist noch eine Goldmine. Malista. 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 Aber die ist relativ nah. Wir holen erstmal die, die aber im Gegner ist. So denkt wahrscheinlich auch der hier. Ne. Volumen. Esto. Hier, Bärenbusch. Malista. Volumen. Esto. Malista. Okay, wir bauen hier erstmal einen Hafen hin. Esto. So. Da kann man drüber gehen. Und dann bauen wir mal hier eine Mauer. Wir werden angegriffen. Malista. Etimos. Etim. Malista. Malista. Esto. Das ist ein. Das ist ein. Das ist ein. Das ist ein. Hier wird es. Ergimus. Nech. Mal ist er. Lass uns sieben, was er hatte, hatte ich eine Runde. Wir gehen jetzt. Das ist ein Schöne und der Wurzeln. Also eine Runde! 양mutter Das ist kein Schöne! Das ist ein Schöne! So, reicht jetzt aber auch mit den Zwergen, ne? Gut. Jetzt brauchen wir nämlich wieder mehr Nahrung. Erstmal einen von denen. Ich glaube, an den kommt man gar nicht ran, ne? Hier ist einfach ein Baum im Weg. Tilbuen. Something. Jeweil. Saat. Jeweil. Saat. Something. Jeweil. Saat. Jaau. Something. Das ist mächtig. Gehen wir wieder Frostriesen? Ich denke schon. Wobei die gut gegen Gebäude sind. Komm, wir gehen nochmal die hier hin. Ne. Ne. Malista. Esto. Ne. Skipan? Ich will Bukardi. Skipan? So, die müssen erst den Turm bauen. Anscheinend kommen die nicht an den Turm ran. So, die müssen erst den Turm bauen. 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 Entschuldigung! Entschuldigung! Das ist! Ne! Angriff aus Richtung Westen! Etymus! Volumen! Estum! Malikus! Das sind alle meine Leute, die bauen! Ne! Esto! Volumen! Weitermachen! Ich brauche viel mehr Nahrung, ne? Ne, ne! Ich brauche viel mehr! Ja! Jao? 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 Oh Oh, shit. Sack. Skip him. Timmte 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 Ey, einen Teil zerstört eine komplette Verteidigung, wenn doch die Mauern nur hier so stark wären, wie bei AOE. Oder die Türme. Ja, ich muss jetzt erstmal hier die Verteidigung wieder bauen. So ein bisschen ärgerlich, dass das da nicht andockt. Warte, habe ich irgendwas, was stark gegen Infanterie ist? Gargarensis hat Welle errichtet, um alle Zugänge zu diesen Bergen zu blockieren. Nur gut gegen Fernkampfdaten und Belagerungsmaschinen. Ja, wer brauche ich die Ressourcen eigentlich hierfür? Ja, wer brauche ich die Ressourcen eigentlich hierfür? Ja, wer brauche ich die Ressourcen? Hver er það? Hver er það? Ég er... Grjónsveig. Hver er hun? Hver er hun? Hver er það? Fyri er það? Tilbúin. Samþyggt? Tilbúin, ja. Sat. Oh no! Ich will, Sat. Jau. Jau. Jau, Sat. Ich will. Something. Jau, Sat. Jegwis, Jau. Wieder irgendeine Fähigkeit gemacht? Sat. Sat. Ich brauche auf jeden Fall mehr Gebäude. 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 Hier, kannst du den mal reparieren? Jegwis, Samzicht. Jegwis. Jegwis. Macht er nicht. Jau. 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 So, wir müssen hier noch die Verteidigung wieder bauen. Sat. Jau. Türme waren auch gar nicht geupgradet. Auch schön. Was. Her ist das. So, wir müssen hier sein. So, wir müssen hier. Ich bin, das ist hier. Wir müssen hier. Das war's für heute. So. Komm, wir machen einmal den Fendis-Wolf. Ich muss mehr kämpfen. Komm, wir machen einmal den Fendis-Wolf. Das ist ein Reliquier. Hier ist auch eine Reliquier. Das ist ein Reliquier. Komm, wir machen einmal den Fendis-Wolf. Das ist ein Reliquier. Komm, wir machen einmal den Fendis-Wolf. Komm, wir machen einmal den Fendis-Wolf. Wir haben schon die Stufe hochgeballert. Nice. Das ist ein Reliquier. Das ist ein Reliquier. Das ist ein Reliquier. Ich will. Ich will. Ich will. So, hab ich noch was zum Hochziehen. Hier ist noch ein paar Fenris-Wölfe. Ja, hier machen wir jetzt mal alles, ne? Ah. Ach, krass. Ach, krass. Wir brauchen Rahmen, um diese Welle niederzureißen. Denkt er das? Wir greifen an. Ja. Der wird nicht viel holen, aber besser als nichts, oder? 4,38. Geht's. So, Rammen werden überbewertet. Aber ich würde gerne erst nochmal hier hingehen. Hier ist nämlich eine Reliquier. Für wen ist das? Der Lied für Berserker. Was sind die hier? Oh, wir greifen feindliche Dorfzehenkommande. Wie nervig. Sat. Ja. 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 Ich mach's nochmal weg. Denn die müssen ja hier noch Dingsen. Ich mach's眉! Wir schenig. Sie werden gerne. Blink! Ja. Lib�! wisdom. Es machen. Er β想 der! Ich mache sie. Es machen. Wie marketplace. Weil ich! Hier, wobey. Oder ich gehe so durch. Dann habe ich zumindest ein bisschen vom Gegner schon weggemacht. Aber ich will eigentlich erst da lang. Ich finde immer noch das Dorfzentrum nicht. Oh, er ist aber schon da reingegangen. Oh, jetzt kommen die hier auch noch, gleichzeitig. Wo ist der Dorfzentrum? Oh, das ist der Dorfzentrum. 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 Ein Held ist gefallen. Was? Warum hängt die denn wieder da hinten rum? Hier ist noch eine Reliquie. Ich bin hier. kann das ist wohl mal und bring mal roste ich mal erst einmal ist und bring mal und der kantos braucht hilfe das werden wir jetzt herausfinden hier oben scheint aber nicht mehr zu sein doch hier ist noch eine oder das ist nur feuer wo ist akantos akantos ich hab dir gesagt du sollst das ding hier runterbringen hört wieder nicht die tauchen einfach überall auf Ja, also die Feuerwiesen sind auf jeden Fall besser. Muss man mal hier einen Weg freimachen. Tilbúin. Grót, Sveik. Ég vil Timbersveik. Tilbúin. Ach, sinh. Pferifat. Ich bin. Inweir. Ueer. Ueer. Ach, Zayu. Jao. Ueer. Das ist das. Ja. Das ist das. Ja, a-trás, til orustu slag, ja. Verst du da? A-trás, til orustu slag. A-trás, til orustu slag. A-trás, til orustu slag. A-trás, til orustu slag. Ich bin euch bis hierher gefolgt, Gargarensis. Ihr werdet mich nicht aufhalten. Ja. Samtil orustu slag. Zerstört das Tor. Sonst soll das hier noch ewig. Sonst soll das hier noch ewig. Das war's für heute. So, wir haben noch ein bisschen, starben wir ins nächste. Gagarensis ist dabei, das Tor zum Tathaus zu öffnen. Haben die Helden genug Trupp-Mumien rechtzeitig aufzuhalten? Auch schon wieder so ein Amboss. An dieses Geräusch habe ich mich langsam gewöhnt. Gagarensis belagert bereits das Tor. Was, wenn die Tore sich öffnen? Dann wird Ragnarök über uns kommen. Kronos ist kein Feind, den man mit normalen Waffen aufhalten kann. Unsere einzige Chance besteht darin, Gagarensis aufzuhalten, bevor er die Tore öffnet und ihn frei lässt. Die Unterwelt hält viel Gold bereit. Gagarensis ist dabei, das Tor zum Tathaus zu öffnen. Du musst ja mal mit. So, hier haben wir Gold. Ich muss gerade erst mal klarkommen. Und danach wieder zurück. Du auf Chiron. Ich hätte schon mal gerne ein paar Walküren, wenn es möglich wäre. Okay, nee, die gehen alle da rein. Das heißt, ich muss auch hier da reinsetzen. Ihr geht da hin. Es fehlt noch der hier. Ja, ich muss auch hier sein. Es geht um, das ist gut. 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 Ich bin sehr gut. Ja. Ich bin der erste Schlag. skippern so ist hier ein dead end ich muss hier mal zu machen sicherheitsgründen der sprungangriff macht echt viel schaden mal ist volum esto mal ist esto Carlos in a chi you you e add ok here if that you e add . . . . . . . . . Die Reifen Die Reifen Skipp hier samvikt Skipp Gerag Kaiju Die Reifen Die Reifen Die Reifen Tilpuin Die Reifen Ich brauche hier draußen dringend eine Verteidigung in den Zimmern. Und ich brauche Leute. Die verteidigen hier unten. Aber ich brauche noch ein paar Leute für hier oben. Ich mache es einfach mal so. Das ich auch hier oben verteidigen kann, falls ich angegriffen werde. Ich habe ja nicht unendlich Zeit. Ich mache es einfach mal. Ich mache es einfach mal. Ich mache es einfach mal. Ich dachte gerade hier wäre wieder eine Reliquie. Das würde so passen mit den Dingern. Hier ist echt viel Gold. Und hier ist die Reliquie, ja? Volumen. Maliste. Skipp. Ich weiß schon, warum ich hier Leute hingebauche. Ich mache es einfach mal. Ich mache es einfach mal. Ich mache es einfach mal. Okay. . Oh. Ich habe sie nicht ausgewählt, sie hat aber trotzdem. Gereg, Taiyu. U-E-R. Tilbuin? Samzicht? Ja. Etimus. Etimus. Gut. Ne. Volume. Okay, ich muss weiter vorrücken. Kfere Thar. Komm schon, ihr Zwerge. Ja. Kfere Thar. Ich will. Ja. Ja. Samþygt? Jao. Jao. Saat. Jao. Samthe. Jao. Saat. Javel. Saat. Tilbuin? Javel. Saat. Javel. Saat. Das ist ein Problem. Tilbuin. Something. Jeg will. Jao. Wobei es bleibt relativ lang bei 20 Prozent, ne? Schipan. So, die sind jetzt Steuerung 2. Wir nehmen natürlich wieder ihn. So, praktisch, wenn wir hier nochmal ein paar mehr Goldsäcke machen könnten. Hier ist keine Reliquie. Dabei sieht das perfekt für Reliquie aus. So, die sind jetzt hier. 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 So, die sind hier. So, die sind hier. So, die sind hier. Ja, ja, ja. Die Feuerriesen, da sind wir sehr stark drüber mit den ganzen Helden. Ein Held ist gewalt. Ein Held ist gewalt. Es mal... Es... Volumen... Esto... Malista... Esto... Malista... 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 Perätimos... Esta... Já... Satt. Ég vil. Skip hans. Sam þig, satt. Sam þig, jae... Ég vil. Tilbúin. Sam þig, ég vil. Já... Timbru sveif? Hver er timbur sveið? Timbu sveif? ètp Die müssen wir mal wiederbeleben. Die hauen aus irgendeinem Grund wieder ab. Ich will mich nicht beschweren, das ist nicht gut. Oh, schon gewonnen. Zieht euch zum Brunnen zurück, wir beziehen dort Stellung. Dabei habe ich doch gewonnen. Hat anscheinend nicht gereicht. Ja. Kommt da jetzt noch was? Okay. Geht. Ja, doch nur in die falsche andere Seite ausgewiesen. Nein. Arcanthus, wir müssen weg, wir können nichts mehr für ihn tun. Hat er sich einfach geopfert, wer in der anderen Seite hätte den Weg versperrt, ohne wer hätte überlebt. Gib es doch nicht. Was soll denn das? Ich habe doch alle Einheiten immer zu ihm geschickt. Naja gut, das war es für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Ciao. 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 Oh!